... auch noch erwerben können. Ansonsten gibt es die AETs, die überall frei ausliegen, wo wir auch einige wesentliche Dinge darstellen können. Ja, jetzt darf ich begrüßen Professor Dr. Patrick Schumacher, der ja, der Vorredner hat es eben erwähnt, hier ganz aus der Nähe stammt. Geburtiger Bonner, in Stuttgart studiert, in der Hunde studiert, mittlerweile in Wien Professor. Als wir uns vor einem starken halben Jahr getroffen haben, muss ich gestehen, habe ich eine kleine Bildungsrücke in Saaradit und wir beschäftigen uns berufsmäßig mit der Beobachtung von Architektur, war uns hier in Mitteleuropa und im Wesentlichen mit zwei, drei Bauten verbunden. Das Phänom oder auch Wellerrein, das Feuerwehrhaus, das sind die Dinge, die sich tief eingeträgt haben. Als wir uns dann näher damit beschäftigt haben, haben wir festgestellt, oder? Das ist ein Büro, das weltweit große und große Brände bearbeitet. Deswegen machen wir auch diese Ausstellung, deswegen machen wir diese Beanstaltung, um hier eine kleine, ja, mitteleuropäische, bundesdeutsche Bildungsrücke zu schließen, die wir hatten, die wir auch unterstellen, was sich vielleicht der eine oder andere Lehrer hat. Und ich freue mich jetzt auf, von Patrick Schumacher mehr zu erfahren über die Projekte und über die reale Umsetzung dieser akademischen, ja, Lehre und der akademischen Entwicklung. Herzlichen Dank, grüßen Sie. Es freut mich sehr, dass wir die Chance hier haben, unsere Arbeit zu zeigen, drüber mit der Ausstellung, aber auch hier in unserem Forum für so viele Leute, Thesen formulieren zu dürfen und Bilder zu zeigen. Auch danke an Hannes für die Einführung. Es ist entscheidend und wichtig für uns auch zu erwähnen, dass wir seit vielen Jahren Arbeiten entwickeln, immer in der Dialektik mit Studenten zusammenzuarbeiten an verschiedenen Hochschulen, die dann auch bei uns auf dem Büro weiter mit uns arbeiten an ähnlichen Themen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, weil wir jetzt gerade immer noch vielleicht in einer Avantgarde-Phase stecken und gerade heraus aus dieser Avantgarde-Phase in einen Mainstream drücken und unser Büro auch wächst, auch dadurch wächst, dass Studenten sozusagen uns zustimmen und mitarbeiten. Ich habe mit Saaried angefangen, oder bei Saaried bin ich eingestiegen, auch als Student damals, 1987, da waren wir vier Leute und im letzten Jahr sind wir bis auf 400 angewachsen mit Projekten weltweit. Das sind nur Skizzen, ein paar Skizzen von den Türmen und Hochhäusern, die wir anskizziert haben in verschiedenen Teilen der Welt. Das ist natürlich nur eine Sparte. Mit der wir uns beschäftigen und das ist auch die Sparte, mit denen wir erst zuletzt eigentlich angegangen sind. Weil wir arbeiten seit langem Saaried insbesondere an dem Versuch, Architektur mit Komplexität anzureichern. Dass wir es schaffen, Architektur in die Lage zu versetzen, eine erhöhte gesellschaftliche Komplexität und Kommunikationsdichte umzusetzen in Morphologien und Architekturen, die so angereichert sind mit Informationen und Komplexitäten und man das natürlich trotzdem darin wiederfindet. Und der Turm, das Hofhaus, hat sich dem am längsten noch widersetzt. In der horizontalen Ausbreitung kann man viel mehr interagieren, überlagern und durchdringen. Und trotzdem haben wir es versucht, seit eben 2000, seit dieser reizvollen Aufgabe in New York, das World Trade Center neu zu denken, haben wir uns damit beschäftigt. Und allerdings sind diese Türme Teil eines Gesamtprojektes, das ich seit ein paar Jahren Parametrismus nenne. Das bezieht sich nicht nur auf die Arbeiten von Saaried und Architekt, sondern auf die Arbeiten einer ganzen Generation von Architekten, die weltweit arbeiten, eine sehr junge Generation macht, die mit den neuen computerbasierten Design-Tools eben es schaffen, viel mehr Komplexität zu erzeugen und zu handhaben und umzusetzen, viel mehr Parameter und Aspekte einfließen zu lassen in einen evoluierenden Entwurf. Dazu gibt es auch eine Serie von Texten, vor allem da, wenn es jetzt darum geht, aus dieser Versuchsphase, die jetzt schon über zehn Jahre lang läuft, Anspruch zu erheben, in der Umsetzung, auch im Städtebau, in größeren Projekten, in kommerziellen Projekten, nicht nur in sozusagen kulturellen Sonderbauten, sondern wirklich in Anspruch zu formulieren, dass mit diesem Repertoire, mit diesen Denkweisen und Herangehensweisen eine Expertise erzeugt wird, die wirklich global best practice sein kann und sich auf alle Bereiche, Typologien und Aufgabestellungen der Architektur und der gebauten Umwelt beziehen und dafür dann eben auch theoretisch argumentiert werden muss, in Texten, die in theoretischen Organen wie AD von mir formuliert werden, zum Beispiel hier vor ein paar Jahren diesen Aufsatz über Parametrismus als neuer globaler Stil für Architektur und Städtebau und dann auch nochmal tiefer gegriffen in einem theoretischen Werk, der Versuch darzustellen, nicht nur wie Parametrismus, sondern wie Architektur seit 500 Jahren als bewusster, akademisch angeleiteter und Theorie angeleiteter Diskurs an der gesellschaftlichen Entwicklung teilhat und vor allem natürlich auch im 20. Jahrhundert die Moderne strukturiert hat. Und ich denke zurück an das Bauhaus, wie dort sozusagen Konzepte entwickelt wurden, die sich dann in den nächsten 50 Jahren global die Physikonomie des Planeten transformiert haben, nicht nur was die gebaute Umwelt anbelangt weltweit, sondern auch die Welt der Produkte und des Designs. Und das gleiche Transformation und Revolution erleben wir heute oder bereiten wir vor. Und im ersten Band geht es hauptsächlich um eine Diskursanalyse der Disziplin und Profession der Architektur, wie sind die Kategorien zurechtgelegt, wie werden, denken und argumentieren wir und in welchen Methoden arbeiten wir tatsächlich in den letzten Jahren. Und im zweiten Schritt dann noch der Versuch anzudeuten, wie wir uns weiterentwickeln müssen als Diskurs und uns weiter aufzurüsten, um wirklich für die nächste Gesellschaft oder die im Umbruch bestehende Gesellschaft, die ich post-phoristische Netzwerkgesellschaft nenne, die Architektur sozusagen aufrüsten dafür. Im letzten Kapitel von Band 2 hin dann auch nochmal der Bezug auf den Parametrismus als dem neuen epochalen Stil nach dem Modernismus. Der Modernismus ist eigentlich in den 70er Jahren in die Krise geraten und seitdem gibt es Versuche sozusagen, Architektur und Prinzipien, nach denen man arbeiten und planen kann, neu zu durchdenken. Das ist erstmal die Postmodelle gekommen, dann ist der Dekonstruktivismus gekommen. Aber diese Phasen waren eigentlich sehr kurzlebig und seit 10, 15 Jahren entwickelt sich etwas, was jetzt erst bezeichnet werden kann und was wirklich ein ausgereiftes Satz von Prinzipien ist, die ich hier darstellen möchte. Was ist Parametrismus? Die essentielle oder begriffliche Definition ist einfach die, dass alle Elemente der Architektur parametrisch variabel werden. Das bringt den Vorteil, dass jetzt alle diese Elemente, also die Räume in einem Gebäude, die verschiedenen Lebensprozesse sich aufeinander beziehen können, aneinander anverwandeln und variabel miteinander reagieren können. Also diese Intensivierung der Beziehungen ist entscheidend, sowohl in einem Gebäudekomplex als auch vom Gebäudekomplex und dessen Prozesse mit einem Umfeld und einem erweiterten Kontext. Das bedeutet, und das ist möglich geworden, eigentlich mit einem, ich würde sagen, ontologischen Verschiebung in den absoluten Basisbegriffen und georetischen Grundbausteinen, mit denen überhaupt Architektur komponiert wird. Also seit 5000 Jahren und vor allem auch in die Moderne hinein, das ist ein Diagramm von Le Corbusier, ist Proposition immer, dass eine Zusammensetzung aus diesen Grundbausteinen, diesen platonischen, idealen, georetischen Grundkörpern gewesen. Nicht? Und das ist die gesamte klassische Architektur, aber auch die modernen. Und heutzutage arbeiten wir eigentlich mit einer ganz anderen Art von Grundprimitiven, nämlich mit Blobs, Splines, NURBS, Particles und Scripts, mit Elementen, die eigentlich dynamisch agieren, die variabel sind, die aufeinander reagieren. Und das fing eigentlich in der Avantgarde an den Universitäten schon Anfang der 90er Jahre statt. Diese Bilder sind von 1993, wo wir zum Beispiel in der Columbia University ein Studie entwickelt haben mit Studenten, um hier eine komplexe, elastische, dynamische Stadttextur aufzubauen. Und hier, ich habe gerade auch jemanden hier noch kennengelernt, der bei uns damals mitgearbeitet hat und jetzt hier in Köln Architekt ist. Und so das hat sich schon eine ganze Weile angemahnt und seit dem Jahr 2000 eigentlich ist das richtig in die Gegend gekommen mit neuen Techniken. Und anstatt jetzt, wie traditionell seit hunderten und vielleicht Jahren man als Architekt einfach Linien mit dem Lineal oder mit dem Zirkel tot auf das Blatt zieht, arbeiten wir jetzt sozusagen mit diesen Linienkonfigurationen, mit dynamischen Systemen, die sich selbst organisieren, nach Regeln, nach künstlichen Gesetzen, die wir schreiben, die wir skripten und kriegen einen viel höheren Ordnungsgrad und Komplexitätsgrad in solchen Systemen. Und haben wir natürlich einen enormen Vielfalt von Serien hier entwickelt und immer wieder mit neuen Kraftfällen und Gesetzen und Eigenschaften, die wir einprogrammieren in den Linien, konfigurieren wir und erzeugen wir solche Strukturen. Das läuft mit der Linie und der gebauten Umsetzung, sieht das dann vielleicht so aus. Man kann auch über die Fläche ähnlich reden, anstatt einfach flache Brette, Ebenen zu entwickeln, die einfach stumpf alles auf sich nehmen und wo sich nichts abbildet und keine Information angesammelt wird, arbeiten wir mit Flächen, die sozusagen eine Eigengloge entwickeln, die Strukturen entwickeln, die Funktionen aufnehmen können, die aber auch auf Einflüsse reagieren können, widerspiegeln können, anstatt dieser blinden, flachen Ebenen. Und das ergibt dann erst mal ein Versuchsstadium, solche Landschaften oder auch solche Räume, die dann sehr, sehr viel in sich aufnehmen können, an Elementen, an Informationen, an Funktionen und doch eine Kohärenz und ein Gesamtbild erhalten und erzeugen. Ähnlich auch mit Volumen, mit diesen Blocks und Metaballs, die miteinander verschmelzen, die miteinander umgehen und einfach wie in der Natur über Gesetze Konfigurationen erzeugen. Das ergibt dann in der Umsetzung solche Gebilde. Was sind also die Grundbausteine, die Grundelemente, mit denen wir jetzt Form erzeugen, Architektur erzeugen? Es gibt aber, ich habe auch versucht sozusagen jetzt operational und nicht nur begrifflich zu definieren und eine Serie von Heuristiken oder Prinzipien zu formulieren, nach denen man jetzt Arbeiten strukturiert, Arbeiten bewertet und weiter durcharbeitet. Und diese Prinzipien sind nicht nur formale Natur, also ein Stil, eine neue Stil-Epoche kann sich nicht nur auf ein neues Formenrepertoire beziehen, sondern man muss gleichzeitig auch eine neue Attitüde entwickeln, wie man mit Funktionen, Programmen, Lebensprozessen umzugehen hat. Wie interpretiert man Funktionen und Programmen und wie geht man damit um und setzt das um in räumliche Strukturen? Und dafür gibt es also sowohl die formalen Heuristiken und die funktionalen Heuristiken. Ich fahre mit den formalen Prinzipien an. Die formalen Prinzipien ist Parametrismus. Es sind aber zuerst auch mal negativ zu formulieren, was man nicht mehr macht und weshalb man es nicht mehr macht. Also wenn man ein Forschungsprojekt, ein Großforschungsprojekt hat und eine Hypothese hat, wie man arbeiten soll, muss man auch gleichzeitig verhindern, dass man in alte Arbeitsweisen und Denkweisen zurückfällt. Die muss man wirklich erstmal scharf abtrennen, um dann wirklich die neuen Strukturen, die neuen Ansätze sich selbst zum Tragen zu bringen. Also negativ erstmal, eben nicht mehr diese regigen Formen, diese stummen, immer statischen, immer gleichen Formen, weil sie einfach die Komplexität vermissen lassen. Die lassen wir hinter uns. Ein weiteres wesentliches Prinzip der klassischen und der modernen Architektur ist das Prinzip der Wiederholung, der Repetition. Und das kann auch kein Bild der gegenwärtigen Gesellschaft mehr sein. Von dem ist das Publikum auch ja auch weggelaufen. Da gibt es einfach nicht genügend Varietät und Diversifizierung. Und deshalb muss das auch unterbunden werden. Also wir erlauben uns keine Repetition mehr. Ein drittes ist auch zu verhindern. Also die Moderne mit den Prinzipien dieser Grundkörper und der Repetition und der Funktionstrennung ist sozusagen in die Krise geraten. Und seitdem gibt es eigentlich kein neues, strukturierendes, konstruktives Prinzip. Sondern was es gibt, ist eben einfach dieses Bild der prinzipienlosen Agglomeration von individuellen Lösungen, die aufeinandertreffen. Ich nenne das sozusagen das Müllhaldenprinzip des Städtebaus. Das spontan seit der Krise oder nach dem Zusammenbruch der modernen Prinzipien sich überall entwickelt hat. Global gibt es dieses Müllhalden- oder Müllhaufenprinzip des Städtebaus. Und das produziert keine Ordnung. Das produziert diese visuelle Chaos, diese Unordnung. Die dann irgendwann auch überall gleich aussieht. Wie jeder Müllhaufen, egal was da drin ist, weil keine Ordnung drin ist, tut das alles zum gleichen White Noise. Und deshalb die Identitätslosigkeit, die überall entsteht. Nach diesem Müllhaufen- oder Müllhaldenprinzip. Und ohne Ordnung geht es auch nicht weiter. Das heißt, wir sind sozusagen diskursiv an dem Punkt, wo wir zum einen die Prinzipien der Architektur und Ordnung, die sich in Jahrhunderten aufgebaut haben und in der modernen noch mal erweitert wurden, ablehnen. Alle formulierten Prinzipien. Wir lehnen aber auch das ab, was sich sozusagen spontan als Gegenreaktion freigemacht hat. Überall passiert. Also das, was real in den letzten 20 Jahren passiert, wird auch abgelehnt. Und natürlich auch diese verschiedenen Retro-Versuche sind auch abzulegen. Da kann die Lösung nicht sein. Wo liegt dann die Lösung? Und wir schauen uns eben seit etlichen Jahren solche Bilder an. Das sind komplexe, diversifizierte, differenzierte Ordnungen, die wir in der Natur finden, die sehr reichhaltig sind, die aber auch lesbar sind, die navigierbar sind und die einfach das bringen, was wir suchen. Eine komplexe, variable Ordnung und diversifizierte Ordnung. Es gibt einen Vorreiter, der in die Richtung gearbeitet hat, das ist der Architekt Frei Otto, der mit natürlichen Prinzipien Formfindungsprozesse entwickelt hat, an physischen Modellen, nach Strukturprinzipien und wirklich Formen nicht einerseits erfunden hat oder diese platonischen Formen immer wieder wiederverwendet hat, sondern wirklich versucht hat, nach naturgesetzten Formen, natürlichen Formen, die sich an Gegebenheiten, Parameter und Anforderungen hin selbst organisieren. Und wir bauen auf dem auf, können aber mit dem Computer über entsprechende Simulationssoftwares über diese physischen Modelle weit hinausgehen und digitale Modelle entwickeln und die Parameter auch aus diesen physischen Gesetzmäßigkeiten erweitern und weiterspielen. Und eigentlich endlose Formen produzieren, ähnlich wie in der Biologie. Und das sieht dann so aus bei SAIT Architects, aber natürlich auch bei Studenten, wie bei Studenten in Innsbruck, in Wien und vor allem auch an der Architectural Association in London. Das sind so die Morphologien und Physiognomien, die entwickeln, die sind sehr, sehr vielgestaltig, sehr viel angereicherte mit Möglichkeiten und Komplexität. Und trotzdem gibt es diese Durchgängigkeit der Prinzipien. Und was sind diese Prinzipien jetzt im Positiven formuliert? Bevor ich diese positiven Prinzipien formuliere, möchte ich Ihnen noch ein Projekt kurz zeigen, das im Mai hier fertig wird. Und nochmal als ein Beispiel, auch gebautes Beispiel, wie Parametrismus aussieht. Das ist ein großer Kulturzentrum in Aserbaidschan, Baku, mit verschiedenen Programmbereichen. Das ist eine Bibliothek, ein Museum, ein Konferenzzentrum, eine Musikhalle. Auch mit dem Anspruch, eben eine sehr, sehr Verdichtung verschiedener kultureller Ereignisse, mit sehr viel Vernetzung von Kommunikationsereignissen, wenn ich sage, Architektur geht es eigentlich immer um die Intensivierung und Rahmen von gesellschaftlicher Kommunikation. Heutzutage in der postfondischen Netzwerkgesellschaft muss man sehr, sehr viel mehr Kommunikationsangebote tagtäglich wahrnehmen. Man muss jeden Tag sich neu vernetzen, neu hinterfragen, woran man arbeitet und weiterarbeitet. Und dafür brauchen wir solche verdichteten, komplexen Gebilde, die dann über diese Stilmittel, die wir entwickelt haben, eigentlich wieder geordnet werden und zu wiedererkennbaren und navigierbaren Umgebungen werden.